Nein, das Spiel ist noch nicht begonnen, wir lesen noch immer noch den Brief. Also, es geht erst los mit 3, 2, 1. Was steht denn da drin im Brief? Ja, das war's. Wer steht da nicht drin? Der, der dreimal gewinnen hat, gewonnen. Okay, also, wann beginnt das Süchten denn? Bitte was? Wir machen jetzt... Ich würde sagen, das Plus geht... Das Plus grenzt das Würfeln ab, damit die Zuschauer das auch verstehen. Und Vorks, du bearbeitest ja ganz toll diese Videos. Am besten zooms zu meinen Chat rein. Das hast du nämlich bei den vorherigen Videos nicht gemacht. Nee, weil ich das nicht wollte.